Das Rhein-Mars-Delta, seltener Rhein-Mars-Schelde-Delta genannt, ist der gemeinsame Mündungsbereich der Flüsse Rhein, Mars und Schelde im Nordwesten des europäischen Festlands in die südliche Nordsee. Die Mars mündet zwar in den Rhein, war aber zwischen 1904 und 1970 ein eigenständiger Strom. Die Übergänge zu den Estuaren der Scheldemündung sind gleitend. Es ist eine komplex aufgebaute nachweiszeitliche Ablagerungsfläche, die sich seit etwa 6000-7000 Jahren vor Christus durch flächenhafte Flussablagerungen gebildet hat. Ob die Benennung als Fluss-Delta dem Mündungscharakter gerecht wird, ist wegen des starken Einflusses der Gezeiten umstritten, womit auch klare Kriterien zur räumlichen Abgrenzung fehlen. Die horizontale und vertikale Verzahnung der verschiedenen Sedimentkörper ist kaum überschaubar. Das Delta umfasst Flussverzweigungen und Verlagerungen, ehemalige und noch bestehende Estuare, Meeresbuchten, Küstendünen, Strandwelle, Holderlandschaften, Depressionen und nach Torfabbau entstandene Seen. Allgemeines Datierung für die Zeitangaben werden die in der Literatur gängigen Abkürzungen verwendet. In diesem Artikel werden einheitlich jeweils für Holozene und vor Holozene-Angaben unterschiedliche Einheiten verwendet. Zeitangaben für das Holozene BC ist gleich B vor Christ ist gleich vor Christus AD ist gleich Anno Domini ist gleich nach Christus Angaben für ältere Zeiträume Maie ist gleich Million Iasagio ist gleich Millionen Jahre vor heute Zum Beispiel 2,6 Maie ist gleich 2.600.000 Jahre vor heute BP ist gleich before present ist gleich vor heute Zum Beispiel 780.000 BP Alle Datierungsangaben Holozene-Alters sind im folgenden in BCAD-Angaben umgerechnet Die durch die C14-Methode gewonnenen und in der Literatur vorgefundenen nicht kalibrierten Datierungen sind umgerechnet worden Benennung der einfachere Begriff Rhein-Delta gilt auch für das Rhein-Delta am Bodensee Der erweiterte Ausdruck Rhein-Mars-Schelde-Delta bezieht das übergangslos entgrenzende Mündungsgebiet der Schelde mit seinen beiden großen Estuaren Mit ein, besonders im Hinblick auf die übergreifenden wasserbaulichen Maßnahmen der Delta-Werke Mündungstyp ältere geologische Definitionen verstanden unter einem Fluss-Delta einen Bereich von Flussablagerungen Der durch Verzweigungen von Flüssen gebildet ist und sich konvex über eine Küstenlinie hinaus erstreckt Nach jüngeren Definitionen ist der südliche Teil des Rhein-Mars-Schelde-Deltas ein Estuar-Delta Estuar-Delta sind von Sedimentation wie von Erosion geprägt Im Rhein-Mars-Delta gibt es durch den Anstieg des Meeresspiegels Bereiche, in denen zunächst die Sedimentation überwog So das Anstieg von Gewässersohlenverästelungen bewirkte, während später Sturmfluten und Gezeitenströme Mündungsarme zu Estuaren aufweiteten Weil in den letzten Jahrhunderten die Erosion überwogen hat, lehnen es manche Autoren ab, den Mündungsbereich von Rhein und Mars als Delta zu bezeichnen Überblick, Lage und Charakteristik Das Delta ist Teil einer Flachküste, die sich vom Atwa bis Dänemark erstreckt Sie besteht aus Marschengebieten, die hier 30 Kilometer bis 125 Kilometer ins Landesinnere reichen und denen Watten- und Dünengebiete vorgelagert sind Die Einmündungen größerer Flüsse sind durch die ein- und ausströmenden Gezeiten zu Estuaren aufgeweitet worden Davon sind diejenigen von Isel, Mars und Scheldeeng mit der Rheinmündung verknüpft Große Gebiete liegen durch Anpolderungen oder Torfabbau bis zu 6,7 Meter unter dem Meeresspiegel Die Mündungsbereiche von Rhein, Mars und Schelde liegen größtenteils in den Niederlanden Kleine Teile befinden sich in Deutschland und in Belgien Die Vorholozänen-Deltas bzw. Mündungsstellen des Rheins befanden sich zwischen dem Austritt des Rheins aus dem Rheinischen Massiv und dem Ärmelkanal Große Teile dieses Deltas sind in klassischer Weise durch Sedimentation und dadurch bedingte Avulsionen entstanden Die Estuare im südlichen Bereich, also der Provinz Sealand, ist durch Einwirkung des Meeres, vornehmlich Küstensenkung, Sturmfluten und Gezeitenströme ein System untereinander vernetzer Estuare entstanden Dass diese sich vor allem seewärts verästeln, zeigt jedoch, dass die Meeresanbrüche mündungsarmen von Flüssen gefolgt sind Kernbereiche des Holozenen-Deltas sind von fluvialen Ablagerungen gebildet Die sich ungefähr zwischen Rotterdam und Amsterdam im Westen und Nimmwegen und Emmerich im Osten erstrecken Dazu kommt seit etwa das Tal der Issel im Nordosten Die Delta-Sedimente haben eine Dicke zwischen 1 und 25 Metern und bestehen im Wesentlichen aus Sedimentkörpern des Rheinischen Systems Diese fluvialen Sedimente sind horizontal und vertikal durchsetzt von Marinen, Tidalen und anderen Sedimenten Besonders im Westen und Norden, von Seeland bis zum Eiselmeer, finden sich marine und ähnliche Ablagerungen In Holozenen-Deltagebieten benachbart sind Pleistocene, teilweise Sand- und lössbedeckte Moränen- und Terrassengebiete Die Hydrogeografie des heutigen Flussdeltas ist geprägt von Flussamen unterschiedlicher Größe, Tidegewässern, Estuaren, Seen, kleinen Entwässerungs- und großen Schiffskanälen Viele Fließgewässer wurden seit etwa durch Dämme vom aktiven Flusssystem getrennt und dienen seitdem wie das dichte Kanalsystem zur Entwässerung der Polder Es gibt nur noch wenige aktive Abflusswege Ihre Namen wechseln, bedingt durch die vielen natürlichen und künstlichen Flussverlagerungen, häufig Die beiden Flussteilungen im obersten Teil des rheinischen Systems bei Millingen und Arnheim sowie diverse Regulierungsmaßnahmen führen zu den folgenden drei Hauptsträngen Rhein-Wall-Bowen-Meerwede-Nüwe-Meerwede Die Wahl entstand etwa 200 BC und entwickelte sich im ersten nachchristlichen Jahrtausend zum weitaus stärksten, wasserreichsten Deltam Nach Einmündung der Mars folgen die Aufweitungen Hollands Dieb und Herring-Fleet entstanden aus ehemaligen Meeresbuchten Am Herring-Fleet-Damm erreicht der Stromarm die Nordsee Die neue Meerwede als linker Arm der oberen Meerwede ersetzte im 19. Jahrhundert die sogenannte Marsmündung bei Rotterdam als wichtigsten Rheinauslass und nimmt besonders bei großer Wasserführung die Hauptwassermenge auf Die nach rechts abzweigende Beneden-Meerwede ist als Schifffahrtsweg wichtiger als die neue Meerwede Aus historischen Gründen wird der Name Wal manchmal zusammenfassend für den Abschnitt Wal-Meerwede-Nord verwendet Nederrhein-Leck Dieser mittlere Deltam entstand spätestens im ersten vorchristlichen Jahrtausend Nederrhein und Leck verloren später ihre Stellung als Deltahauptam an die Wahl Der Leck ersetzte um die Zeitenwende nach und nach den weiter nördlichen Richtung Amsterdam verlaufenden Unterlauf Der heute nur durch die kleinen Wasserläufe Kromme Rhein und Hude Rhein markiert ist Oft wird der gesamte Deltam-Nederrhein genannt Der eigentliche Nederrhein manchmal nur Rhein Weiter westlich vereinigt er sich mit der von der Wahl her kommenden Nord und passiert als neue Mars die Innenstadt von Rotterdam Issel Die Issel zweigt in einer Bifurkation bei Arnheim vom Nederrhein nach Norden ab Durchfließt das Isselmeer und mündet über Auslässe am Abschlussdeich in die Nordsee Die Verbindung zwischen Nederrhein und der heute von rechts einmündenden Issel entstand erst etwa Die Issel folgt dem Lauf eines früheren bis zum letzten pleniglazial nachweisbaren Rheinarms Punkt Der rechte Arm der Merwede Die Beneden-Merwede teilt sich bei dort recht in zwei etwa gleich große Arme Die Nord als rechter Arm vereinigt sich mit dem Leg und fließt als Nüwe-Mars und Nüwe-Waterweg in die Nordsee Die neue Mars markiert ungefähr den Nordrand des früheren sogenannten Mars-Estoas Der seit dem ersten vorchristlichen Jahrtausend der Hauptauslass für die Mars und Rhein war Die Udermars als linker Arm mündet im Rotterdamer Hafen in die Nüwe-Mars südwestlich von dort rechts zweigt das Dords-Kiel ab Diese kurze Verbindung zum Hollandsdieb wurde vor einigen Jahrhunderten künstlich angelegt Punkt Hauptarm des Deltas war bis etwa 850 BC die Strecke Krommerein-Uderein, der manchmal zusammenfassend nur Uderein genannt wird Nachdem sich seine Wasserführung zugunsten des Leg vermindert hatte, wurde er durch einen Damm abgetrennt und damit zum eigenständigen Gewässer, das bei Katwijk in die Nordsee mündete Die Mars mündete im Verlauf der letzten Jahrtausende in Seitenarme oder, seitdem die Wahl bedeutendster Rheinarm ist, an unterschiedlichen Stellen in den Hauptarm des Rheins 1904 wurde die Mündung der Mars jedoch aus Gründen des Hochwasserschutzes nach Fluss abwärts verlegt Sie wurde, annähernd ihrem Lauf in der römischen Antike folgend, an die Armer angeschlossen Deren Estuar schon mit der Anlage der Nüwe-Märwede in den Jahren 1861 bis 1874 zu einem Mündungsamt des Rheins geworden war Die Schelde mündete zunächst getrennt von Rhein und Mars Bei den großen Meeresanbrüchen im ersten nachchristlichen Jahrtausend bildeten sich aber zwischen dem ursprünglichen Schelde Estuar und dem Mars Estuar bei Rotterdam neue Gezeiten buchen und zahlreiche Querverbindungen Außerdem entwickelte sich südlich der Osterschelde als zweites Schelde Estuar die Wester Schelde So bildeten die Mündungen der drei Flüsse, Wasserverteilung und Wassermengen Die mittlere Abflussmenge des Rheins ist mit Rund deutlich höher als die der Mars mit Rund Die mittlere Jahresabflussmenge der Schelde beträgt Das Wasser des Rheins verteilt sich kontrolliert wie folgt auf die Hauptdelta An der Rheingabelung bei Mielingen erhält die Wahl 67% und der Niederrhein 33% des Rheinwassers Nach dem Abzweig der Gelder-Schen-Issel führt diese 11% der Niederrhein-Legstrom noch 22% des Rheinwassers Vom Stromwahl obere Merwede fließen 65% in die neue Merwede und 35% in die untere Merwede Die normale Verteilung des Rheinwassers auf Wahl Niederrhein und Issel im Verhältnis wird bei Niedrigwasser zu 75, 16 zu 9 und bei starker Wasserführung zugeändert Die verschiedenen Sperrwerke und Wehre werden so gesteuert, dass möglichst rund über den wichtigsten Schifffahrtsweg, den Nüwewaterweg, die Nordsee erreichen Mündungsstellen gegenwärtig mündet noch an 5 Stellen Rheinwasser ins Meer Von Süden nach Norden sind dies die Sieltore des Heringflieddammes Hier wird abhängig vom Pegel Lobiet am Niederrhein entschieden In welchen Anteilen das Wasser von Rhein mit Mars hier die Nordsee erreicht oder über den Nüwewaterweg in Rotterdam Der Nüwewaterweg mit dem parallelen Harte-Kanal ihre Wasserführung wird möglichst konstant gehalten In Jahren geringer Wasserführung des Rheins erreicht hier etwa die Hälfte des Wassers von Rhein und Mars das Meer Amsterdam-Rhein-Kanal, das IJ-Nordsee-Kanal, die beiden Tiedelsperrwerke im Abschlussdeich des Eiselmeeres von den Över- und Kornwerder-Sand Über diese Mündungsstellen erreicht die Issel das Meer Bis ins 17. Jahrhundert hatte die Schelde zwei parallele Estuare, Westerschelde und Osterschelde Heute erreicht alles Wasser der Schelde das Meer durch die Westerschelde, die bei der Umgestaltung des Deltas nicht verändert wurde Die Osterschelde versandete im Verlauf des 17. und frühen 18. Jahrhunderts nahe ihre Abgangsstelle und wurde schließlich durchdeicht Erhielt aber jahrhundertelang Wasser aus der Mars Heute ist sie eine durch ein aufwendiges Sperrwerk vor Sturmfloten geschützte Meeresbucht mit nur geringem Oberwasser Gewässerliste Das Rhein-Mars-Delta umfasst die folgenden wichtigeren Gewässer Heutige oder frühere Mündungsgewässer und Arme mit Abschnitten Der Rhein mit den Abschnitten des Bischlinskanal und der Bovenwal Die Wahl mit den Abschnitten der Benedenwal und der oberen Meerwede Die Nüwe-Meerwede Das Dortskael das Spui Die Bernisse Die untere Meerwede Der Nord Der nach Vereinigung mit dem Leg Die durch Rotterdam fließende Nüwe-Mars bildet Die Udermars Die das Spui aufnimmt Und nach Vereinigung mit der Nüwe-Mars Die Scheuer und dann den Nüwe-Waterweg Bildet der Panerdenskanal Auch die Nüwe-Rhein Der Nederrhein Der Leg Die Isel Zur Unterscheidung von der holländischen Isel Auch Geld-Erse-Isel genannt Mit dem Mündungsabschnitt Kettel-Dieb Die Mars Zuletzt die Bergschemas und die Arme genannt Mündet rund 40 Kilometer vor Erreichen der Nordsee In den seeartigen Rhein-Arm-Hollands-Dieb Die Fechte mit dem Mündungsabschnitt Svarte-Water Mündet in den Isel-See und erreicht so als Nebenfluss der Isel Die Nordsee Die Schelde Estuare-Hollands-Dieb Aktiv Oberer Zulauf des Herring-Fleet Herring-Fleet Abfluss des Hollands-Dieb Aktiv An der Mündung Tide-Sperrwerk Herring-Fleet-Damm Volkerack Vom Oberwasser abgehängt Ehemals südlicher Mündungsarm des Hollands-Dieb Grevelingen Abgedämmt Ehemals nördlicher Mündungsarm des Volkerack Osterschelde Gezeiten erhalten Sturmflutsperrwerk Zusammen mit Volkerack Vom Oberwasser abgehängt Ehemals Zuflüsse aus Rhein, Maas und Schelde Westerschelde Aktiv Sonstige Fließgewässer oder Fließgewässerabschnitte Issel Heute Nebenfluss der Issel Eins deren Oberlauf Die Berkel Nebenfluss der Issel Der Schippig Nebenfluss der Issel Der in den Ude-Rhein und den Leitze-Rhein übergehende Krommerein Die Utrechtsche Wächt Die ins Eiselmeer mündet Hollandser Issel Die in den Nüwe-Waterweg mündet Die Linge Deren Wasser vom Panjerdenskanal abgezweigt wird und zur Wahl fließt Die Avgedamm-Die Maas Die Ude-Maas-Jeh Das Fliet Die Brielze Maas Die gedämmte Devil Die Ude-Wahl Die Ude-Wahl Der alte Rhein Ude-Rhein Der Jesuiten Wai Dekil Inaktive Prieleu E-Albles A-A-A-A-Amstel Döstrecht Kuwe Kromme-Angstel Maitrecht K-Kanal-Kanal-Van-Sankt-Andries-Amsterdam-Rhein-Kanal-Schelde-Rhein-Kanal-Nordzee-Kanal-Heudens-Kanal-Rhein-Ski-Kanal-Ehemalige Gewässer-Mars-Estoire-Leiden-Estoire-Ui-J-Flieh-Eemalige Flussverläufe-Ben-Op-Werk-Hroven-Linschoten-Hauten-Werken-Dort-W-V-A-R. Vielen Dank.